Ein bisschen Sendefuhr drauf. Wenn wir jetzt an der Orgung von Schärfung umgesetzt... Fünf Kilometer! Nein, drei! Zwei bis drei! Das heißt, es werden die schlimmsten Arke angeboten. Das heißt, es werden die schlimmsten Arke angeboten. Das heißt, es werden die kleine Kerne immer schon herkommen. Ja, aber jetzt erst geschenkt. Schnauze, schau! 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 Schau!